Zu den zwei aktuellen Bürgermeisterkandidaten. Beide haben bei den Grünen vorgesprochen. Was haben Herr Stahnke und Herr Hahn jeweils bei Ihnen für den Eindruck hinterlassen? Bei mir persönlich haben beide den Eindruck hinterlassen, dass sie wirklich Bürgermeister werden wollen. Marius Hahn hat bei mir den Eindruck hinterlassen, dass es ihm sehr viel darum geht, immer wieder zu sagen, da muss man die Bürger hören, da muss man mit den Bürgern reden. Allerdings darf dieses Thema des Bürgers, die ihn zu hören, nicht dazu führen, dass Marius Hahn sich vor eigenen Standpunkten wegduckt und so immer ausweichend auf Fragen antwortet. Michael Stahnke hat aus meiner Sicht durch eine hohe Fachkompetenz geklänzt. Wir haben uns sehr intensiv über Projekte unterhalten, die Limburg die nächsten Jahre gehen kann. Dabei ging es nicht um kleine Projekte, sondern es ging um Visionen und die Strategie, wie Limburg sich weiterentwickeln kann. Also bisher bei Ihnen und Ihrer Fraktion keinerlei Präferenz für einen der zwei Kandidaten? Es gibt persönliche Präferenzen von mehreren Personen, aber die Partei von Bündnis 90 die Grünen hier in Limburg hat sich noch nicht entschieden, wen sie bei der Bürgermeisterwahl unterstützen möchte. Wenn überhaupt, werden die Grünen überhaupt eine Empfehlung aussprechen? Das kann man bei den Grünen auch immer erst sagen, wenn es am Ende beschlossen wurde. Aber aus meiner Sicht sollten wir Grüne eine Empfehlung aussprechen. Das sind wir auch unseren Wählerinnen und Wählern schuldig, weil wir erleben beide Bürgermeisterkandidaten wöchentlich in ihren Aktivitäten im Rathaus und können somit durchaus sagen, wie wir zu diesen stehen, wie diese zu grünen Projekten stehen, ohne dass es im Wahlkampfgetöse untergeht, weil im Wahlkampf verspricht nun mal ein jeder gerne viel, um den Wählern zu gefallen.